Ansonsten haben wir eine Runde von neuen iOS, iPadOS und so weiter, Betas und Zeug und Ankündigungen. Das hat auf den ersten Blick, hat das auf mich, also beim ersten Mal anschauen, war ich beschäftigt mit nebenbei meinen Masto-Host kaputt spielen. Okay, kann man machen. Das war eine regelmäßig ineffiziente Software und halt so eine 15 Minuten Versatz hatte ich mir dann da aufgebaut und irgendwie zehntausende Failed Requests, was mein Server irgendwo hingeschickt hat, die nicht angekommen sind. Ich persönlich war aber begeistert davon, weil ich hatte selber ja auch nur 50 Minuten Delay, weil Dinge passiert sind und für mich hast du einfach in Echtzeit gepostet, was ich persönlich ja sensationell gut fand. Naja, also ich war beim ersten Mal abgelenkt, beim zweiten Mal habe ich dann auch nur gewartet, dass ich wieder bis zur Vision Pro durchkomme. Das heißt, in den ersten zwei Durchgängen hat es auf mich relativ dünn gewirkt, aber tatsächlich ist es gar nicht so dünn. Also das ist schon ein Haufen Holz, also dafür, wie viel Zeug sich Apple da jedes Jahr auftischt, kriegen sie schon auch einiges weggebacken, so verhältnismäßig. Also das kann immer noch besser und runder laufen und alles, aber so grundsätzlich kann man ihnen wahrscheinlich nicht vorwerfen, dass sie jetzt mit dem, was sie sich für die 17er Runde vorgenommen haben, dass sie da irgendwie wesentlich zu wenig sich da reingetan haben. Nee, gar nicht. Und vor allen Dingen wirkt es so ein bisschen so, wenn man Big Picture draufschaut, so nach vielen kleinen Änderungen, die so Alltagsdinge netter machen. Nicht so große Features, die irgendwo aufgehängt werden, wo dann, wo du eigentlich schon weißt, okay, wenn die mit der 1.0 kommen oder mit der 17.0, dann dauert es bis zur 17.5, bis die irgendwie rund laufen. Sondern so kleine Karten, die alltäglich irgendwo reingrätschen vorher und dann vielleicht später nicht mehr. Und alles arbeitet natürlich zusammen. Also alles ist, es ist immer, ich finde es mittlerweile schwierig, dass sie halt das immer noch so trennen nach Gerät. Weil vieles überschneidet sich so stark, dass du es eigentlich am Feature aufhängen solltest mittlerweile, weil es halt dieses Feature halt auf allen Plattformen kommt. Man könnte andersrum argumentieren, das Ding jetzt iOS 17 zu nennen ist Quatsch. Eigentlich könntest du es auch 16.7 nennen, weil dieser jährliche Zyklus, der hängt halt an den neuen Geräten, die im Herbst kommen. Aber der wäre vielleicht nicht so nötig, diese Nummerierung, weil, ja. Ja, ja. Und ich meine, also bei der Präsentation an sich, wie gesagt, da kann man, finde ich, auch diskutieren mittlerweile, wie viel Sinn es macht, das halt nach iPadOS, iOS zu trennen, macOS. Ja, es gibt sicherlich gute Gründe und es gibt plattformspezifische Features, die wir auch jetzt dieses Jahr auch wieder gesehen haben. Aber viel überschneidet sich halt stark. Und dazu kommt noch ein sehr neu gebautes WatchOS. Also das war auch nicht übertrieben von der Gerüchteküche zuvor. Das haben sie einmal komplett angefasst, in die Waschmaschine gesteckt und da kommt jetzt, das sieht nett aus einfach. Das ist, ich habe es noch nicht drauf auf eine Uhr. Leo nervt mich schon die ganze Woche, dass ich das auf Produktivgeräte bitte spielen soll. Aber ich dachte mir, wir machen erst mal Urlaub und dann machen wir Updates auf Produktivgeräte. Aber das sieht sehr reizvoll aus, weil sie sich da wirklich eine eigene neue Designsprache überlegt haben, wo die ganzen Apps, die für die Uhr existieren, diesen Sommer hoffentlich daran arbeiten, dass das dann zur neuen Version im Herbst dann auch neu und frisch aussieht. Andererseits könnte man auch argumentieren, dass so ein Feature wie die neuen Lockscreens und die hübschen Sachen auf dem iPhone von iOS 16, dass die auch schon auf dem iPad zu 16 nett gewesen wären. Und jetzt kommen sie halt ein Jahr später. Auch okay, aber das könnte schon auch gleichzeitig passieren. Ja, würde man sich zumindest wünschen. Also ich meine, das iPad bleibt halt immer in so einer komischen Software-Ecke hängen. Das ist halt relativ traurig, mit anzuschauen, weil zumal ja diese Widgets und also mehrere Sperrbildschirme und Widgets auf dem Sperrbildschirm und jetzt halt diese Standby-Funktion, die halt eben nur in iOS 17 ist und nicht in iPadOS 17, das sind halt alles Funktionen, die schreien auch danach, auf dem iPad zu sein. Also die wollen da auch sein und die gehören da auch hin und die sind da und werden da vermisst, wenn sie da nicht sind. Und das ist halt ein bisschen schade, das dann wirklich so damit ja auch zu einem zweitklassigen Betriebssystem zu erklären. Also weil ich meine, hat halt keine Priorität. So ist es natürlich halt auch. Das iPhone ist halt das iPhone und da stinkt das iPad halt gegen ab, so oder so. Egal, was man dann vom iPad spezifisch auch halten will und mag und wie man es halt einsetzt. Aber iPadOS ist halt immer hinten dran da und zieht dann die schlechtere Karte am Schluss. Ja, diese Sache mit Standby zum Beispiel und auch die Präsentation von FaceTime auf dem Fernseher, die schreit ja geradezu und auch es gibt noch ein Dock-Kit, gibt es ja auch noch. Es schreit ja nach neuer Hardware, die da irgendwie fehlt. Das ist entweder so ein Ding, was halt motorisiert drehen kann, wo du dann ein Telefon mag safen kannst oder ein iPad mag safen kannst. Oder es ist der HomePod, der mythische HomePod mit einem iPad draufgeklebt, entweder fest oder trennbar, man weiß es nicht. Und dann fehlt ja da eigentlich auch noch so ein HomePod Soundbar. Weil was, wieso gibt es denn diese Grafik, wo ein Fernseher hängt und dann schwebt da ein iPhone in der Mitte, wo eine Kamera, also das schreit doch irgendwie nach neuer Hardware, die halt noch mehr sich da irgendwo ins Wohnzimmer stellen möchte. Ja, absolut. Also da ist offensichtlich, dass sie, aber das ist ja auch relativ clever, weil die technische Basis ist dann geschaffen und sie haben ja durch die Continuity-Funktion und jetzt halt Continuity-Camera in dem Fall, diese Möglichkeiten, dass die Geräte sowieso miteinander spielen und dann jetzt einfach diesen in Anführungszeichen einfachen Schritt zu gehen, zu sagen, ja gut, wenn du dein iPhone schon als Kamera für den Mac benutzen kannst, dann lass doch dieses iPhone auch die Kamera für TV-OS oder für den Apple-TV sein und dann hast du es halt auf dem Fernseher, was ja wirklich sinnvoll in vielerlei Szenarien sinnvoll ist. Und immerhin ja, muss man auch dazu sagen, den Bonus hat, halt keine extra Kamera ins Wohnzimmer zu setzen, was vielleicht auch nicht jeder möchte. Also ich meine eine Soundbar, die dich halt filmt oder das Gefühl gibt, kontinuierlich gefilmt zu werden, auch wenn du sagst, ich vertraue Apple und Datenschutz und das machen sie alles auf dem Gerät und so weiter. Alles okay, trotzdem ein komisches Gefühl, was man vielleicht nicht unbedingt möchte. Und deshalb ist es vielleicht nicht so dumm, das so jetzt zu machen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie einen Soundbar bringen, der halt auch noch eine Webcam vorne drin hat. Dann halt mit einem mechanischen Shutter, den du da reindrehen kannst oder so. Ja, das sind ja auch bei anderen Anbietern die Lösung, dass du wirklich was, was Leute verstehen, dass einfach so irgendwas über die Kamera kannst du noch so viel sprechen und wird intern abgeklemmt und so. Also es ist alles Quatsch, wenn da so ein Plastikscheibchen über eine Kamera sich legt, dann ist das ein vertrauenswürdiges Gefühl wahrscheinlich. Mikrofon ist vielleicht noch ein anderes Thema. Aber es ist ein, also die Beta von der TVOS, die ist auch extrem reizvoll durch dieses Feature, muss ich echt sagen, weil das FaceTime über den Fernseher zu machen ist einfach, ich habe mir, ich habe so viele Stunden damit verbracht, das zu versuchen, halt irgendwie Airplay oder mit HDMI-Dongle etc. Diese Fernsehsituation irgendwie zu lösen, weil es halt so ein Quatsch ist, dass es nicht geht, ja. Das hast du da diesen riesen Fernseher oder viele von uns haben doch einen Fernseher irgendwie im Wohnzimmer. Noch, ne, Vision Pro dann später nicht mehr. Aber den nicht benutzen zu können, weil dann irgendwie so, musst du ein iPad rausholen, was dann halt so ein ganz kleiner Bildschirm ist, weil da halt kein FaceTime drüber läuft. Das ist, das ist schon echt, das lag so irgendwie, das auf der, das, ja. Eigentlich müsste das seit Jahren irgendwie da sein, aber es ist schön, dass das jetzt kommt. Und deswegen ist es echt so reizvoll, diese Beta auf diesem TVOS zu installieren. Wobei ich sagen muss, also womit ich kurz mal erwähnen möchte, wie relativ stabil das alles läuft. Also ich habe mich auch mit Leon unter der Woche ausgetauscht, habe er über was Komisches gestolpert ist. Ich finde es schon erstaunlich für die erste Beta, wie, wie die Geräte sich nicht irgendwie selbst erhitzen und dann abschalten und was alles irgendwie geht. Also ich, ich bin echt, diese Stolpersteine sind super gering, was echt ganz gut, was ein ganz gutes Jahr ist halt. Weil das halt so ein bisschen zeigt auch, dass sie halt bei iOS nicht halt irgendwie halt die kleinen Dinge anfassen. Und die kleinen Dinge können halt viele sein und das ist schon, das ist schon ganz gut. Das Setup, wie jetzt der Blickwinkel ist und auch von den anderen Leuten, das weiß ich nicht, wie die da jetzt gedacht da sitzen oder so, wie das da hinhaut mit, du hast ja immer das Problem von der Nasenkamera. Weil wenn das Telefon unter dem Fernseher steht und nach oben guckt und je nachdem, wie das dann dasteht, könnte halt so ein bisschen wieder die Dell-Laptop-Nasenkamera sein, die von unten irgendwie. Depends natürlich. Also wenn du dir so mal den durchschnittlichen amerikanischen Fernseher anschaust, der teilweise über irgendeinem Fireplace hängt. Ja gut, von oben runter. Ja stimmt, stimmt. Das ist überhaupt kein Thema. Also Fernseher über den Kamin hinhängen ist also das allerletzte. Amerika, Mann. Ne, ich hab das auch schon mal hierzulande gesehen, wo Leute sich einen, also jetzt einfach vom Geschmack her, ein fragwürdiges Wohnzimmer eingerichtet haben und da hing der Fernseher halt auch sehr weit weg, sehr hoch. Ja, das hängt bei uns auch. Wahrscheinlich meinst du unser Wohnzimmer. Nee, nee. Geschmacklich ist sehr fragwürdig, seitdem da unten so ein Bild in so einem Goldrahmen hängt. Sage ich persönlich. Aber bei uns hängt der auch relativ hoch. Ja, das kann man nicht machen. Das sagen sie sogar in dem Vision Pro Video. Du willst, eigentlich willst du immer runtergucken. Du willst immer nach unten gucken. Du musst die oberkante Bild, muss auf Augenhöhe sein. Und das ist auch schon hier bei dieser Dame im Wohnzimmer nur, wenn sie steht. Also sobald sie sich hinsetzt, ist der Fernseher schon zu hoch. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Also das geht eigentlich nicht. Sie ist auch sehr weit weg von ihrem Fernseher. Geht auch nicht. Also Füße ausstrecken ist nichts mit Anteil. Schau mal, das ist ein ideales Bild, um zu demonstrieren. Da, wo das Sofatischchen steht, das Coffee Table, da müsste eigentlich der Fernseher drauf. Dann wäre es richtig. Also eigentlich müsste man die Couch an die Stelle des Sofatisches stellen und dann den Sofatisch auf die Couch und sich dann auf den Sofatisch auf die Couch setzen. Und dann wäre es perfekt. Setup perfekt. Ja, genau. Also hier heißer Tipp für Inneneinrichtung. Nee, es ist tatsächlich sehr nett, wenn man da recht nah sitzen kann. Das ist, ich meine, auch in einem IMAX zum Beispiel hast du ja einen sehr großen Bereich von Sitzen. Und manche Sitze sind halt viel zu nah und ein paar Sitze sind optimal und ein paar Sitze sind auch wieder zu weit weg in einem IMAX zum Beispiel. Aber gut, ist halt spannend, wie sie, wann sie da irgendwelche Hardware noch dazu raustun. Und also ist das halt nur ein drehbares Dock für ein Telefon oder ist das halt wirklich noch mehr? Ja, also ja, das schreit ja so ein bisschen danach. Und auf der anderen Seite sehe ich halt den von Leo angebrachten Punkt, dass es auch schwierige Hardware durchaus ist für ein Wohnzimmer. Und diese Lösung, die sie jetzt haben, ist einfach auch toll für Apple, weil du iPhones kaufst. iPhones ist ein sehr, sehr schönes Gerät zu kaufen. Ich kann dir mal sagen, wie sie das pitchen, nämlich, das versteckt sich auch in den ganzen Sessions. Sie haben so Body Pose Erkennung, also wie du dich gerade beim Yoga verdrehst. Das ist einfach 100 pro ein Fitness-Plus-Feature, dass das Ding dir beim Yoga zuguckt, das ist in deinem Fernseher oder in deinem Soundbar oder in irgendwas vorne eingebaut, was unter deinem Fernseher steht. Und das guckt dir beim Yoga zu und sagt dann ja oder nein. Und dann sagen alle, das könnte doch auch das iPhone machen. Und ein Jahr später kommt es dann für das iPhone, das Feature. Also das wäre nicht das erste Mal, dass das so passiert. Klar, also der Apple TV ist natürlich, also als Setup-Box ist der natürlich auch, der greift so ein bisschen zu kurz auf der Seite, weil der halt, weißt du, da könnte auch Router-Funktionalität rein. Also wirklich, ich meine, die wollen wahrscheinlich nicht in diesen Router-Markt zurückkehren, aber könnte man ja, könnte man darüber nachdenken. Das Ganze kann natürlich auch in so einem HomePod untergebracht werden. Da gibt es viele Möglichkeiten, also aber, aber dass diese einzelne, also ich meine, jeder hat ja ein iPhone, wie wir alle wissen. Und dass das jetzt einfach mit dem Apple TV auf einem Fernseher geht, das ist einfach, ist ernsthaft, ich glaube, das ist mein Lieblingsfeature, muss man echt sagen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es klingt nach meinem Lieblingsfeature. Ja, also auch die anderen Funktionen, wenn du halt deinen, wenn dein HomeKit-Zeug und deine Überwachungskameras, wenn die halt HomeKit sprechen und du hast halt dann Zugriff auf deine Kameras über den Fernseher und sowas, das müsste wahrscheinlich auch ganz nett sein. Wenn du halt immer in Amerika sitzt und sowieso den ganzen Tag die Glotze laufen hast und dann kommt halt der Paketboot und dann kannst du dem halt über das Ding Bescheid sagen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Das ist aber auch, jetzt sehe ich zunehmend, sah ich zunehmend auf Reddit immer wieder solche Videos, wo halt auch diese Interaktion über die Videotürklingel dann aufgenommen wurde und wie das halt für alle Beteiligten nicht gut ausgeht und es viel besser wäre, wenn es weder für den Paketboten noch für den Hausbesitzer da eine Aufzeichnung von dieser Interaktion gegeben hätte. Ja, weil sich einfach alle nicht benehmen können und. Ach, ja. Ja. Das andere, was noch vielleicht jetzt mit Fitness und Dingens neu ist, ist eben so ein Workout, segmentiertes Workout, was eine App vorgeben kann. Das riecht ja auch danach, als wäre das ein Ding, was auch Fitness Plus dann da reinliefern könnte. Du meinst jetzt für WatchOS? Ja, das könnte natürlich Fitness Plus auch nutzen, das ist schon richtig. Und sie machen so ein paar Schritte in Fitness Plus, dass du dir jetzt so einen Trainingsplan zusammenstellen kannst, der jetzt aber nur aus den Workouts besteht, die halt sowieso schon da sind. Aber du kannst sagen, ich will halt irgendwie montags Krafttraining machen, dienstags, Yoga, mittwochs, also aus dem bestehenden Pool an Videos. Du kriegst dann praktisch zufällig dann irgendwelche reingezusammengestellt, die jetzt nicht in einem ernsthaften Zusammenhang stehen. Und die andere Funktion, die ist natürlich was, was der Apple Watch ja bis jetzt extrem gefehlt hat, dass du halt strukturiertes Training gabst praktisch auf der Apple Watch nicht. Und damit bieten sie jetzt wirklich den großen Buden und Trainings Peaks haben sie ja schon gezeigt und das ist ja wirklich mit so der Platzhirsch dafür eigentlich. Bieten sie da jetzt die Möglichkeit an, halt sich den Aufwand zu sparen, irgendwie eine wilde, komische, vielleicht schlechte eigene Apple Watch App oder WatchOS App zu schrauben, die dann auch schlecht natürlich integriert ist, weil es in WatchOS nicht so optimal wahrscheinlich auch funktionieren würde mit einer eigenen App. Sondern die können halt ihre Trainingspläne dann wirklich direkt in Apples Trainings App reinpushen und das ist natürlich eine relativ ideale Variante davon. Dann siehst du halt, wenn du deine Trainings App aufmachst, siehst du dann halt Trainingspeaks und sagst halt irgendwie Intervall, da ist dann halt jetzt Intervalltraining Montag XYZ machen. Und das funktioniert ja inzwischen, weil Intervalltraining wird ja jetzt unterstützt seit letztem Jahr. Und insofern kannst du da jetzt vermutlich, wie flexibel das dann im Detail ist und ob es da noch irgendwelche, wo ich hab das jetzt noch nicht ausprobieren können, aber Bruchstellen gibt, weiß ich nicht. Aber es hörte sich so an, als hätten sie tatsächlich sich Gedanken darüber gemacht und gesehen, dass das ein offensichtliches Problem, Problemstelle bei der Watch ist, die beseitigt werden muss. Und bisher war das ja der Horror. Ja. Es war völlig albern. Also auch so die Hilfeseite von Trainingspeaks bisher so, wie mache ich denn Trainingspeaks mit meiner Apple Watch so? Er sagt so, ey, es gibt geile Apps, die importieren alles, was du mit deiner Apple Watch getrackt hast in Trainingspeaks, mega gut, nimm das mal. Und es wird einfach nicht darauf eingegangen, dass du nichts in diese Uhr reinbekommst. Zurückbekommst, ja, ja. Du musstest dir ja praktisch, was eine absurde Vorstellung ist, wenn du tatsächlich nach In-Trainingspeaks deinen Trainingsplan verwaltest und halt danach trainierst, hättest du sozusagen dir für jede Woche dich sonntags hinsetzen müssen und dir verschiedene Intervalltrainings anlegen müssen auf der Apple Watch. Und dabei wärst du verrückt geworden, weil du damit die ganze Wochentrainingszeit hättest du damit verbracht, deine Intervalltrainings per Hand auf der Apple Watch einzugeben. Also absolut irre und völlig untauglich für jemanden, der verschiedene Formen von Trainingsplänen und verschiedene Formen von Intervalltrainings in verschiedenen Variationen halt in seinem Trainingsplan hat. Es gab so irgendwie ganz krude Krücken über die Stride-App, wenn du einen Stride benutzt hast und dann konntest du, also es war aber keine besonders gute Idee einfach. Ja. Dann haben sie in der Watch haben sie noch, also Snoopy natürlich und dann haben sie noch, was aber tatsächlich, das Snoopy-Watch-Face, das geht ja über das hinaus, was Mickey kann. Mickey ist ja relativ dumm, der kann halt irgendwie sagen, wie spät es ist, aber Snoopy interagiert ja noch mit mehr Sachen, der hat irgendwie noch mit Wetter und mit Regen und was du machst und ein paar Animationen noch da drin, das ist sicherlich auch nach einer Woche durch, aber es ist mehr als nix. Andererseits ist natürlich auch bei der Watch, so Third-Party-Watch-Faces wären nach wie vor total super und kriegen wir wieder nicht. Ah, ich bin da ja immer noch skeptisch. Also ob das gut wäre. Das wäre gut. Ich bin skeptisch, ob das gut wäre. Das wäre sehr gut. Das siehst du auch zum Beispiel daran, dass du eben jetzt quasi die Widgets aus den, also du kannst mehr Widgets haben, als was Komplikationen auf ein Watch-Face passen. Das wäre natürlich auch eine Richtung, wie man die Komplikationen aus dem Watch-Face rausbekommt, um dieses Watch-Face zu vereinfachen, damit du Third-Party-Watch-Faces zulassen kannst. Irgendwann nächstes Jahr. Also mein Tipp in der Richtung ist weiterhin, dass sie das nicht machen werden. Also Third-Party-Watch-Faces werden weiterhin, glaube ich, nicht kommen. Über das Für und Wider können wir weiter streiten. Aber jetzt haben sie ja den Schritt, sind sie ja angegangen mit diesen Smart-Stacks, so ein bisschen diese ganzen Komplikationen so ein bisschen abzulösen. So ein bisschen Ersatz, die rauszuziehen aus den Ziffernblättern. Und eine andere Möglichkeit zu finden, anstatt einfach da nur die abzustarten oder halt so eine sehr begrenzte Anzahl von Informationen anzuzeigen. Das ist ein interessanter Schritt. Und auch, dass die ganze Interaktion mit dem Control-Center und der Seitentaste geändert wurde, das ist alles spannend. Ich habe das noch nicht ausprobiert, weil ich, also es reizt mich, weil das ist, ja, da haben sie sich ja, haben sie mal wirklich was Neues gedacht. Macht nochmal die Uhr jetzt mit Version 10. WatchOS 10 ist ja auch schon echt ein paar Tage alt, muss man sagen. Aber da führen sie so neue Paradigmen ein, die spannend wirken einfach. Auch mit diesen ganzen Bildschirmfüllenden Geschichten, das sieht cool aus. Sie brauchen halt im Schnitt immer zu lange, um Apps an so Hardware-Sensoren ranzulassen. Also jetzt dürfen halt Apps irgendwie mal endlich an die Daten ran, wie die Winkel sind. Und dann hast du vielleicht eine Tennis- oder eine Golf-App, die halt da genauer reinlesen kann, wie du jetzt den Schläger hältst. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich Golf-Trainer, auch einfach alles super teuer. Und dann kann halt auch die App sehr viel Geld nehmen für Golf-Training und für Tennis-Training vielleicht auch. Ich weiß nicht. Das ist ja vielleicht tatsächlich ein Ding. Ich weiß nicht. Ich habe mal in den App-Store geguckt und da gab es halt so Golf-Apps, die halt irgendwie sauhässlich dafür 50 Dollar teuer. Weil halt Golf ist so ein Luxussport. Ja, und die Alternative, ein Freund von mir hat sich die natürlich gekauft, weil da relativ viel Golf spielt. Und die Alternative sind irgendeine Geräte, die man sich da verkaufen kann. Ja. Das macht alles überhaupt keinen Sinn und das ist alles noch viel teurer. Und im Vergleich dazu ist es ein krasses Schnäppchen und du hast es eh in der Hosentasche. Und von daher macht das offenbar alles krass sinnvoll. Wir sind jetzt mit der Ultra nach einem halben Jahr oder so. Ist da noch irgendwie mehr nachgekommen als das, was Apple zur Präsentation gezeigt hat? Ja, nein, würde ich sagen. Also ich meine, die großen, also man merkt jetzt, dass sie die, also die eine große Fehlstelle, eben diese strukturierten Trainingspläne, die gehen sie jetzt mit WatchOS 10 wirklich konkret an. Und dann muss man halt die Umsetzung mal abwarten und darauf hoffen, dass das gelungen ist. Und die zweite große Fehlstelle, an der kratzen sie so ein bisschen. Das haben sie ja auch gezeigt, dass sie so eine Art topografische Karte in den Kompass integrieren und so ein bisschen Trail-Voodoo machen, zumindest in den USA. Ja, aber ich meine... Was ist Trail-Voodoo? Trail-Voodoo heißt, es ist irgendwie unklar, was sie da genau machen. Das heißt, letztlich kriegst du eine Art topografische Kartenansicht, auf der bekannte bestehende Trails verzeichnet sind. Aber ob du in irgendeiner Form, also du wirst als Punkt denen wahrscheinlich nachlaufen können, aber von Navigation scheint da bislang überhaupt keine Spur zu sein. Also du hast praktisch eine Trail-Karte, wenn du so willst, eine dumme Trail-Karte, die einfach deinen Punkt anzeigt. Aber du hast keinerlei Routenplanung, keinerlei Navigation, zumindest soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Und ich kann es nicht ausprobieren, weil nicht in den USA und ich weiß gar nicht, ob sie die Karten tatsächlich in den USA schon, ob man es in den USA schon konkret ausprobieren kann. Ich habe davon jetzt noch, außer dem, was Apple gezeigt hat, noch gar nichts groß gesehen. Aber also du merkst, sie wissen, dass diese topografische Karten und dass das einfach massiv fehlt. Und mit WatchOS 10 werden wir keine Navigation für solche Geschichten und keine Routenplanung und keine, ich importiere mir meine GPX-Dateien-Geschichten sehen, sondern wir sehen halt irgendwie so einen ersten Anfang und mal sehen, wann der Rest dann halt hinterherkommt. Also da bin ich natürlich gespannt. Sie haben eine lustige Funktion in die Compass-App offensichtlich eingebaut. Die sollte sich nämlich jetzt einfach auch merken, wann du zum letzten Mal, also die Position merken, an der du zum letzten Mal ein Mobilfunknetz hattest. Und das halt verzeichnen automatisch, was natürlich clever ist, weil wenn du halt irgendwo weit draußen bist, dann kannst du wieder zu dem Ort zurückkehren, an dem halt Mobilfunknetz ist. Oder du zumindest einen Notruf halt ohne Satellitenverbindung absetzen kannst. Das ist natürlich schon ganz nett. Ich meine, in Deutschland gibt es wahrscheinlich relativ wenig Stellen inzwischen, aber man wird es schon auch noch finden. Also so nette kleine Funktionen in den USA, kommst du da vielleicht schneller in diese Problematik oder in anderen Ländern sicher auch. Du hast halt die Offline-Karten, hast du jetzt auf der Watch oder bekommst du jetzt auf die Watch? Ja, die ist natürlich ein guter Punkt, ja. Das ist ein Feature vom iPhone, wo du ja Regionen, also du bist auch in der aktuellen Beta drinnen, einfach runterladen kannst. Also ich habe das mal gestartet und der bietet dir halt an, okay, bist du scheinbar hier und willst du die Region runterladen. Du kannst natürlich auch eigene Grenzen ziehen und dir was anderes Separates noch runterladen. Aber das ist schon mal eine nette Geschichte, das wandert halt auch auf die Watch. Und dann bekommt sie halt so Funktionen wie halt dieses Name-Dropping-Kontaktaustausch von diesen Karten. Das wandert auch auf die Uhr, was interessant ist, weil es ist vielleicht ein bisschen bequemer, als mit dem iPhone so zusammenzustoßen und deine Kontaktdaten auszutauschen. Und die Watch hat natürlich von Apple jetzt übersetzt ja nichts Neues bekommen, aber Apps liefern natürlich in die Action-Taste von der Ultra so ein paar neue Funktionen rein, wenn die Apps aktualisiert werden. Das sind nicht viele Apps, die mir aufgefallen sind, aber Footpath ist zum Beispiel so eine, die die ganz gut nutzt, meines Erachtens. Ich bin heute gerade wieder durch den Wald gelaufen mit so ein unbekanntes Wäldchen und habe darüber navigiert. Und ja, ja, ich bin ein Kind bei Pferden, nee, bei Schafen abgegeben und dann... Nicht das Wort Pferde erwähnt. Nee, nicht Pferde. Und dann hatte ich Zeit, irgendwie durch den Wald zu laufen. Und das ist schon, es ist schon ganz gut, da einfach darüber zu navigieren. Das ist schon ganz nett, wo ich dann auch gemerkt habe, wo es dann einfach, naja, wo das Kartenmaterial ein bisschen an die Grenzen stoßt. Weil, ähm, also die Navigation an sich funktioniert echt ganz gut, weil du halt mit der Krone halt auch reinzoomen kannst. Du hast einen Button, um wieder komplett rauszuzoomen. Du hast natürlich immer diese Pfeilanzeige, in welche Richtung du gerade gehst. Sehr schön falsch gelaufen einfach oft, Alex. Ähm, aber du hast keine Ansicht, wie, wie, ob es ein Trampelfahrt ist oder, äh, ob es, ob es ein größerer Weg ist. Und ich stand dann halt auf so einem größeren Waldweg, da dachte ich, der ist nett zu laufen und so. Und der Pfad, der da abging links, der, 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 der war gleich groß verzeichnet auf der Karte, aber halt ganz klein. Also das ist so gebüscht, da wollte ich jetzt nicht reinlaufen, so. Und, ähm, aber da eignet sie sich halt sehr, sehr gut dafür, muss ich sagen, die Uhr. Und, ähm, also gerade mit der Offline-Karte und so weiter, das könnte schon, könnte schon eine nette Geschichte werden. Dann müsste halt das Mapping jetzt auf das Level kommen, dass sie halt eben wirklich die Outdoor-Sachen halt abdecken. In Zufall, in Open-Street-Map-Form, das wäre das Ziel. Die anderen Fahrrad-Funktionen, also Support für Sensoren und, also für, für Power-Meter und Kadenz und die FTP-Leo. Ist das was für, ist was für dich oder ist das eh Quatsch, weil du hast ja sieben Fahrrad-Computer. Ja, ich, nee, klar, ich habe einen Fahrrad-Computer und trage sowieso ungern eine Uhr auf dem Fahrrad. Und, ähm, FDP-Ermittlungen, ähm, setzt voraus, dass du sowieso auch ein Leistungsmesser hast, was ich zum Beispiel nicht mache, weil ich bis jetzt einfach nicht, also mir war es bis jetzt nicht wert, das Geld dafür auszugeben. Das wird sich vielleicht eines Tages mal ändern, vielleicht auch nicht. Ähm, aber nach Leistung zu trainieren ist natürlich eine extrem sinnvolle Sache, gerade auf dem Rad und inzwischen ist es ja auch, also die, die Leistung beim Laufen, ähm, ermittelt die Watch ja inzwischen die Leistung selbst. Und da kann man immer noch drüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, aber die Leistungsmessung beim Laufen hast du praktisch integriert. Und die Leistungsmessung beim Fahrrad, dann schätzen sie auch deinen FTP-Wert, dieses, äh, wie heißt es auf Deutsch, funktionale Schwellenleistung, heißt es glaube ich auf Deutsch. Ähm, das ist ja im Prinzip, diese FTP-Tests ja sehr lustig, weil eigentlich, um dem zu ermitteln, musst du eigentlich, musst du eine Stunde, musst du so fest in die Pedale treten, wie du nur kannst, sodass du nach einer Stunde einfach praktisch umfällst vom Rad. So, so funktioniert das Ganze und dann gibt's natürlich diese, natürlich will das irgendwie keiner machen, weil blöd und du brauchst natürlich auch eine relativ gleichmäßige Strecke idealerweise, sprich ohne Höhen, äh, Unterschiede und so weiter, sondern du müsstest eigentlich auf einer geraden Strecke eine Stunde lang mit voller Power, äh, vor dich hinfahren und dann umfallen. Und deshalb macht man meistens so 20-Minuten-Tests und du kannst natürlich die auch virtuell machen in den verschiedenen, also zu Hause halt auf dem Heimtrainer sozusagen, kannst du das natürlich alles machen. Und da ist es halt so, dass sie eben, das nehmen sie dir ab, wenn du halt den Leistungsmesser verbunden hast und deine normalen Radtouren machst oder eben Rennradtouren in dem Fall oder ich weiß vielleicht grundsätzlich auch, wenn du eine normale Radtouren hast, dann wird es dir nur wahrscheinlich egal sein, was dein funktionaler Schwellenwert ist. Aber sie ermitteln dann einfach automatisch diesen FDP aus den Daten, die halt der Leistungsmesser liefert und das ist sozusagen ein bisschen das Zeug, was sie da oben drauf bauen. Aber es ist ein wichtiger Wert, weil wenn du halt danach trainieren willst, dann musst du den halt, musst du den halt ermitteln und der ändert sich ja logischerweise auch, also musst du den regelmäßig ermitteln und prüfen, ob der sich verändert. Und kannst du danach auch deine Powerzonen einstellen, wo du dann, wie du da fahren möchtest. Aber das ist ja eigentlich auf einer natürlichen Strecke schon auch sehr durch die Strecke vorgegeben, oder? Ja, ja, du meinst jetzt die Zonen oder die... Also ich meine, wenn du sagst, ich möchte jetzt Zone 5 bitte, aber es geht halt bergab, dann geht es halt nicht. Dann geht es sehr schwierig natürlich, ja, ja, wenn du eine Zone willst, das ist umgekehrt, ist natürlich die größere Herausforderung in einer, auch bei Herzfrequenzzonen natürlich, in einer Herzfrequenzzone zu bleiben, wenn es dann halt irgendwie wild bergauf geht oder so. Aber das ist natürlich auch was, was du irgendwie ins Training integrieren kannst und versuchen kannst natürlich zu bewältigen, dass du halt mit einem niedrigen Puls halt auch bergauf läufst zum Beispiel. Also das sind dann, ja, die Zone, klar, wenn du natürlich irgendwie mit extremem Watt treten willst und halt es geht richtig bergab, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig bis unmöglich zu halten, das sicher war. Ich finde es halt interessant, ich habe da keine Aktien drin überhaupt, aber dass das iPhone jetzt so eine Art Fahrradcomputer wird, weil er die Daten von der Watch halt zugespielt bekommt oder sich ablesen lässt, finde ich halt ein interessantes Feature. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute das machen, kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Fahrradfahrer an sich an, ob der so sein iPhone gerne vorne am Lenker irgendwie platziert hat oder ob das eher störend ist. Aber es ist eine interessante Geschichte, weil es ist ja so ein bisschen, die Watch ist natürlich zum Erheben der Daten gut, aber sie ist vielleicht nicht perfekt in der Darstellung, wenn du auf dem Rad sitzt oder die Hand heben musst oder sehr klein und so weiter. Und das iPhone bietet, also wenn du den Platz hast und dir es nicht irgendwie unangenehm ist, dass das da vorne irgendwie hängt, dann ist es eigentlich eine nette Geschichte, dass das gespiegelt wird oder dargestellt wird. Navigation ist halt da jetzt nicht Teil davon, das heißt, du hast halt nicht jetzt eine Route oder sowas dort mit angezeigt, sondern halt dann nur deine Werte von Herz und Geschwindigkeit und solchen Sachen. Ja, das ist komisch, dass sie das nicht irgendwie auch noch mit integriert haben. Das hat mich auch erstaunt. Also ich meine, das ist dann wirklich jetzt ein klassischer Ersatz für einen puren Fahrradcomputer, der irgendwie dem die Navigation fehlt. Das ist ein bisschen seltsam, aber ich finde es ganz lustig und ich glaube, wenn ich das richtig kapiert habe und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, diese Spiegelungsvarianten, dann müssten sie theoretisch auch andere Workouts auf dem iPhone spiegeln können, was vielleicht auch irgendwelche Einsatzzwecke gibt, wo du sagst, du willst ja vielleicht nicht nur dein Fahrradtraining dann in groß sehen, sondern willst ja vielleicht auch irgendwas anderes, was halt mit der Uhr aufzeichnet, auf dem iPhone die Werte in größer darstellen oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Also ich habe es jetzt in den Betas noch nicht gesehen. Es ist noch nicht drin, glaube ich. Zum Beispiel, was auch schön wäre, wäre, wenn du dein Training, was du auf der Watch gerade machst, auch auf dem Fernseher über deinem Video sehen könntest. Wenn du halt nicht Fitness Plus machst, du möchtest aber trotzdem die Anzeige haben, wie ist deine Pulszone oder was auch immer, dass du das halt auf dein Breaking Bad kannst du dann halt so eine Dynamic Island auf dem Fernseher drauflegen. Ja, ja, das ist eine sehr gute Idee. Sie haben natürlich irgendwie jetzt in, viele Sachen haben sie jetzt in verschiedenen Geschmacksrichtungen halt. Deine Dynamic Island, die dann halt auch auf dem iPad rausgefallen kommt, auch wenn das iPad keine Dynamic Island, also deine Live-Activity, die auf dem Dings rausgefallen kommt, die halt auch, oder deine Widgets, die jetzt von dem Telefon auch auf dem Mac rausfallen können, so diese Verbindungen unter diesen Dingern sind halt. Das ist sehr lustig, ja. Ja, also solche Sachen, da haben sie auch noch viel zu tun, weil viele Sachen können in viele Richtungen funktionieren, tun sie aber noch nicht oder nicht vollständig. Auch solche Sachen wie jetzt Airplay vom Telefon zum Mac geht halt nur in Fullscreen zurzeit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal, ich fände das auch in Nicht-Fullscreen sehr praktisch. Solche Sachen oder halt, man kann sich allgemein mal das, oder solche Sachen wie jetzt dieses Feature, dass also die Watch ihr Training auf den Lockscreen vom Telefon schicken kann, so quasi als Live-Activity oder dass eben Apple Maps die Navigation auch in den Lockscreen vom Telefon reinschicken kann und solche Sachen. Das kann halt nur Apple an diese Stelle hinschicken. Und da müssen sie halt selber diese Sachen dort reinliefern, weil das halt Party eh nicht reingelassen wird. Und da können sie, glaube ich, da können sie noch viel mehr punkten, indem sie da mehr von ihren eigenen Diensten da zusammenschmeißen und dir halt auch die Option lassen, okay, ich möchte jetzt irgendwelche Live-Activities oder Widgets oder Dingens halt auch auf den verschiedenen Geräten. Und da kommen sie jetzt so langsam hin, dass sie das auch erlauben und dass das dann vielleicht ganz nett funktioniert. Das ist halt insgesamt, finde ich, die Geschichte mit iPhone-Widgets auf dem Mac recht interessant. Ja. Was bedeutet das denn? Weil das ist jetzt vielleicht nur so ein kleiner, also weil Windows hat ja so eine ähnliche Funktion. Du kannst ja auf Windows auch deine Android-Apps da reinholen und dann im Fenster auf deinem Windows klicken und dann läuft irgendeine App auf deinem Telefon und so. Das ist schon so eine Richtung, das ist auch so ein bisschen, könnte das auch so ein U-Boot sein, weil der Mac ist weiterhin so auf der, um nur ganz kurz zur Vision Pro zu kommen, stellt euch mal ganz, ganz kleines. Okay, kurz Zeit markieren. Was wäre denn, wenn die Vision Pro macOS booten würde? Ja. Weil dann kaufe ich zwei. Weil das wäre, das wäre natürlich ein unfassbar attraktives Ding, wenn du da halt wirklich wieder Hacker mit deinen 50 Terminals sitzen kannst und überall ist Code vor dir und ja, das, das wäre ein Ding. Mhm. Wenn da nur iPads-Apps drauflaufen, dann ist mir das relativ wurscht. Nee, bitte, aber ich meine, das doch, also, dass du den Mac da spiegeln kannst, ist doch… Nee, nicht spiegeln, sondern auf dem Ding booten. Ja, wo ist der, also, wo würdest du den Unterschied festmachen, an was? Ich, nee, nee, ich habe keinen Mac dabei, ich habe keinen Mac Mini, ich habe keinen Laptop, ich drücke einfach auf die Krone und dann fährt macOS hoch. Ja. Gut, mal abgesehen davon, dass das nicht passieren wird. Ähm, ich meine, man kann sich natürlich schon kleine Computer vorstellen, die man, also der Mac muss ja, da können ja neue Formen des Macs entstehen, ja? Also der Mac muss ja nicht unbedingt dein Notebook sein, was du dabei hast, der kann ja eine Apple-TV-Größe, in einer Apple-TV-Größe, eine Art Mac Mini sein, der einfach nur Strom hat, irgendwo rumsteht und dann nimmst du halt die Brille als deinen Zugang dazu. Beziehungsweise, wenn halt diese, ähm, wenn also das macOS, wenn das quasi einzelne Fenster raus eher playen könnte und einzelne Fenster aus deinem Mac auf Division Pro rausfallen könnten, so wie jetzt ein einzelnes Widget aus deinem Telefon auf dem Mac rausfallen kann, dass also so ein kleiner Bestandteil vom einen System auf dem anderen System rausgefallen kommt. So wie deine Kamera von deinem iPhone jetzt als Continuity-Kamera auf dem Apple-TV rausfällt. Wenn diese Grenzen zwischen den Systemen halt so verschwimmen, ist da, glaube ich, auch eine schöne, das sind schon schöne Optionen, die da möglich werden. Ja. Ja, bei den Widgets sieht man, äh, bei den Widgets sieht man es auf jeden Fall dieses Jahr dann am deutlichsten, dass diese, dass da eine sehr klare gemeinsame Basis zumindest jetzt mal für ein wichtiges Element geschaffen wird. Also das hatte man ja vorher schon gesehen, dass sie die Widgets auf eine Basis stellen, aber die neuen Systeme werden es jetzt halt wirklich vor Augen führen, weil halt gerade auf dem Mac sie eine viel prominentere Position und Rolle halt einnehmen und auch auf der Watch eher eine viel, also ich meine Widgets waren ja praktisch auf der Watch verschwunden, wenn du, wenn du die alten Glänzes halt mal rauslässt, die es am Anfang gab, die irgendwie sehr Widget-artig waren. Aber seitdem gab es ja keine wirklichen Widgets mehr auf der, auf der, in Virtual S und das kriegen wir halt jetzt dann praktisch zurück und bloß halt auf dem Mac und das ist, ich bin sehr froh, dass sie diese Widgets aus dieser dämlichen Seitenleiste, die niemand kennt und niemand nutzt. Also ich meine, irgendjemand wird die kennen und irgendjemand wird die nutzen, aber so im Großen und Ganzen und ich empfinde die auch als sehr frustrierend. Also ich bin einfach, habe überhaupt keine Lust, die zu öffnen, während die Widgets auf dem Schreibtisch, also sowohl die Mac-Widgets, die ja jetzt von der Basis her sowieso identisch sind, als auch diese lustige Zusatzoption, einfach die iPhone-Widgets auf dem Mac auch noch anzeigen zu können. Ich meine, die sind dann natürlich wirklich pure Anzeigefläche, weil wenn du die natürlich öffnest, dann schwert sich natürlich der Mac und sagt, hey, nimm mal dein iPhone. Weil es sind ja immer noch dann halt iPhone-Widgets, die ja, die zugehörige App gibt es ja auf dem Mac mitunter dann gar nicht. Also das ist natürlich, aber du hast ja so viele Widgets, die einfach eine oder spezifische Funktion, Informationen anzeigen und damit halt einen extrem nützlichen Wert haben und sich natürlich auch aktualisieren, wenn dein iPhone halt entsprechend mit dir herumgetragen wird und in der Nähe ist. Und dann hast du halt einfach, siehst du es halt auf dem Mac im Hintergrund und die verschwinden ja, also ich meine, du hast ja auch ausführlich präsentiert und das ist echt eine coole Funktion. Ich meine, Dashboard ist back, also ich meine, das ist... Ja, aber es ist eben, natürlich ist das halt Dashboard irgendwo schon, aber Dashboard war halt auch ein eigener Modus, das darf man ja nicht vergessen. Also du konntest die ja auch irgendwie positionieren natürlich, aber der war ja trotzdem seine eigene Ansicht und dadurch, und das jetzt wirklich praktisch in den Schreibtisch zu integrieren, ist schon nochmal eine andere Stufe, weil die halt, du hast die wirklich konstant, je nachdem wie dein Fenstersetup ist. Also wenn natürlich jemand bist, der dein Mac-Fenster im Vollbildmodus benutzt, nicht zu empfehlen, dann siehst du natürlich nichts davon. Aber wenn du halt normale Fenster benutzt, verschiedene Fenster in verschiedenes Zeug in verschiedenen Fenstern und halt immer noch irgendwo der Schreibtisch durchblitzt, dann siehst du natürlich auch deine Wünsche im Hintergrund. Es ist so lustig, weil, also das ist natürlich, machen wir das alle so einen gewissen Teil schon, indem man das Telefon halt irgendwie aufbockt am Schreibtisch durch irgendwelche Stands. Ich habe hier so ein iPad stehen, da gibt es natürlich auch einen Screen, der mit Widgets vollgeknallt ist, die ich im Blick haben möchte. Aber es ist interessant, dass die Grenzen halt so verschwimmen und dass sie halt, also das ist zum Beispiel keine Option, die ich irgendwie spannend finde, ja. Aber ich finde interessant, dass sie besteht und ich kann verstehen. Da sprechen wir nochmal ein paar Monate drüber, Alex, weil ich weiß nicht, ob du da nicht auch irgendwas rausholen wirst und merken würdest. Das ist die beste Neuerung. Ja, ja, also ich werde ja immer, also man wird ja überrascht, man überrascht sich ja manchmal auch selbst. Dieser, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich glaube Standby, Standby-Modus für das iPhone, den fand ich zum Beispiel so in der Keynote, wo das, also das Telefon wird irgendwo hingehängt an einem MagSafe oder wie ich von Leo gelernt habe, an einem Kabel geht das auch und dann zeigt es halt so Standby-Informationen an. Und den fand ich in der Keynote extrem unspannend. Und jetzt habe ich den ausprobiert und der ist sehr nett. Also überraschend nett ist der einfach. Also das ist, also ich möchte das nicht am Bett haben, keine Chance, das Telefon in den Schlafzimmer mitzunehmen, aber am Schreibtisch ist der super nett und das sieht super nett aus und der ist natürlich ausreichend groß und das scrollt sich ganz nett durch und Notifications kommen rein. Das ist alles super nett, also das muss ich ernsthaft sagen, hat mich überrascht. Und das ist halt mit integriert in die Live-Activities und die können, die werden da halt so ein bisschen automatisch angepasst und du kannst, musst halt gucken, dass alle Assets irgendwie hoch aufgelöst sind und dass das in die Kanten reinpasst. Da gibt es auch einen sehr hervorragenden Talk von Design, von Live-Activities und Dingens. Das ist wahnsinnig. Diese, also der Kollege, der vor einem Jahr da mal getwittert hat, so ich war das mit den Live-Activities und der Dynamic Island, der kann schon animieren und der Talk sieht einfach auch sehr fantastisch aus. Das sieht wirklich extrem fantastisch aus. Also das hat mich, ich habe den noch nicht ganz gesehen, aber das ist ernsthaft beeindruckend. Also ich meine, man wünschte sich, man wünschte sich, als würde auch nur ein Bruchteil der Live-Aktivitäten so aussehen, wie die dort präsentierten, weil das ist, also die sind so, so fantastisch alle für sich. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, und auch so, das spricht auch die ganzen Probleme an, die, dass die eine oder andere Live-Activity jetzt hat, nämlich, dass manche Apps halt sehr verliebt sind in ihr Icon und dann nur ihr Icon anzeigen, um den Status anzuzeigen und halt genau diese Aussparung von der Kamera eben so zu nutzen, dass sie quasi verschwindet und halt nicht da den Platz oben freizulassen und halt auch wenn jetzt irgendwie, irgendwo gibt es sicher so Live-Activity-Power-User, die halt sehr viele auf einmal auf dem Homescreen haben, auf dem Lockscreen haben und dann halt die Höhe, man muss ja nicht die ganze Höhe nutzen, man kann ja auch dynamisch seine Höhe anpassen als Live-Activity. Hier zum Beispiel, wenn du jetzt eine Fußball-Live-Activity bist, dann kannst du ja in der Pause kannst du dich ja kleiner machen, weil da passiert wahrscheinlich wenig, außer irgendein Trainer flippt aus oder so, aber dann kannst du dich wieder größer machen und noch eine Meldung unten reinschreiben, wenn halt da eine Statusänderung drin wäre oder so. Und wenn du halt eine schöne, das ist halt auch oft bei Apple so, dass wenn du eine schöne Live-Activity gebaut hast, dann bekommst du jetzt gratis einen Stand-by-Screen ins Telefon reingeliefert zum Beispiel. Und da greift es dann wieder ineinander und das nutzen aber insgesamt, diese ganzen neueren Spielereien nutzen halt insgesamt zu wenig Apps, weil die sehen das irgendwie nicht, dass sich das lohnt. Ich bin letztens über eine Parking-App gestolpert, die das genutzt hat und wie geil war das? Also ernsthaft, konnte ich genau sehen, wie lange ich parke, wann das Parken endet, was mich das kostet, wo ich stehe. Es war super gut umgesetzt, aber es war halt jetzt nach dem Jahr so die erste Parking-App, die ich irgendwie gesehen habe da in diesem Bereich. Ein Hörer hätte auch gefragt, was das für ein Stand ist, den sie hier verwenden. Leo hatte, glaube ich, den richtigen rausgesucht. Ja, ich hatte den rausgesucht und jetzt habe ich es vergessen, welcher das war, aber das war auch einer von den ... Von 12.000 war der. Ja, genau. Ein High-Rise war das bestimmt. Und Klassiker, den haben sie auch, glaube ich, schon prominent mit dem Feature vermarktet auf ihrer Seite. Also das war offensichtlich mit Apple auch dann ein bisschen abgesprochen, dass sie das, war, glaube ich, gleich nach der Keynote mit den entsprechenden Bildern zu sehen. Der sieht natürlich auch ganz nett aus. Also der kostet irgendwie so 50, 60 Euro und du musst natürlich diese verdammt ... Ich bin ja immer noch großer Verweigerer von MagSafe-Lade. Ich kann das einfach nicht akzeptieren. Also MagSafe musst du selbst mitbringen. Ja, ich habe diesen Satoshi hier gerade mal rausgeholt. Das sieht aus wie beim Zahnarzt. So ein bisschen beim Zahnarzt, das stimmt. Da gibt es halt echt viele verschiedene Optionen, was diese Stands angeht. Und sie werden halt jetzt so ein bisschen sinnvoller, muss man ernsthaft sagen. Das ist richtig, ist richtig. Also dieses, das einfach im Seitenformat raufzuknallen und dann sofort diese ... Ich meine, bislang kannst du ja nichts sehen. Du hast ja einen Kalender und dann hast du Reminders, das ist integriert und Wetter. Ja. Und Kalender zeigt bei mir halt immer null Events an. Aber ansonsten, es ist ... Und Musik, genau, Musik zeigt Timo gerade. Also es ist schon ernsthaft zielvoll umgesetzt. Es macht schon irgendwie was her. Ja. Schon gut. Wie ich das finde. Ich weiß noch nicht genau, woran sie es festmachen, aber du hast ja auch für verschiedene ... Also Standby soll sich ja idealerweise auch merken, auf welchem Stand er sich befindet. Also dein Setup sollte sozusagen im Schlafzimmer ja ein anderes sein als in der Küche oder auf dem Schreibtisch. Und in Kombination mit MagSafe können sie das ja irgendwie wahrscheinlich über den Austausch mit dem Ladekabel oder dem Netzteil, dem MagSafe-Ding halt praktisch machen. Ja. Aber wie ist es jetzt, wenn du es halt irgendwie auf einem G-Ladegerät hast oder halt mit einem Kabel lädst, wie da irgendwie die ... Dann nicht. Ja. Dann wird es entweder nicht passieren oder es benutzt halt irgendwie dann, wenn es merkt, Lightning-Kabel ist da, dann machen sie halt vielleicht dafür ein eigenes Setup auch. Ich muss mal nochmal durchspielen. Aber ich finde es auch, also mich hat es auch erstaunt, weil ich dachte auch so bei der Keynote, ja okay. Und es war ja auch im Vorfeld, German hat es ja schon ziemlich detailliert tatsächlich gerüchtet und berichtet. Und da habe ich auch gedacht, ja okay, es ist ja halt nett. Aber das wirkt so, als würde ich das auch, vielleicht auch nicht im Schlafzimmer, aber auf dem Schreibtisch definitiv benutzen. Eine rote Uhr am Bett kann ich also zum Beispiel überhaupt nicht brauchen. Also gar keine nämlich. Ja gut, ich meine Uhren am Bett sind, glaube ich, sowieso so eine Sache. Also es gibt ja Leute, die brauchen das offensichtlich und es gibt halt Leute, die werden völlig verrückt bei der Vorstellung davon. Und insofern muss man das ... Also das Allerhöchste, was ich früher, vor tausend Jahren mal hatte, ist so ein Wecker mit so leuchtenden Zeigerchen. Oh ja. Also so Glow-in-the-Dark-Zeigerchen, das war aber schon das Maximum. Heller darf es nicht sein. Ghost-Zeiger, ja. Aber ich meine die Zubehörbranche, also ich meine, da werden, glaube ich, da werden irgendwie so Champagnerflaschen rausgeholt worden sein, als das präsentiert wurde. Weil da jeder wusste, ey, das wird die Nachfrage nach diesen verdammten Aufstellern, die sich jetzt irgendwie so ein paar Leute halt gekauft haben, wird die einfach absolut durch die Decke treiben. Also ich meine, natürlich ist es bei den älteren iPhones, das ist natürlich eine Funktion, die durch das Always-On-Display vom 14 Pro und 14 Pro Max natürlich extrem gewinnt. Und ja, weil du halt wirklich dieses Dauer-Display hast. Bei den älteren iPhones muss man dann mal schauen, woher sie das Display eigentlich auch aktiv lassen könnten, wenn es sowieso am Strom hängt. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe ja die Beta auf einem Nicht-iPhone 14 und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also es geht natürlich einmal an, wenn es an den Strom geht. Ja. Ähm, aber wann es dann, also wann, wann, oder wie das aus, wann es ausgeht und so weiter, ist mir noch nicht wirklich aufgefallen, was da der Rhythmus ist. Also das muss man mal, muss man mal ausprobieren. Aber geht es denn irgendwann aus? Es geht aus, ja, es geht aus. Ja, ja, interessant. Okay, weil das auch komisch ist, weil warum, ne? Also. Ja, du könntest das halt, das ist halt in einem relativ gedimmten Status, ähm. Es geht jetzt, es ist nach, nach, wie lange haben wir jetzt gerade gesprochen, zehn Sekunden, ist es ausgegangen, jetzt ist es ausgegangen. Ah, okay, das ist blöd eigentlich, ja. Ja, also das ist vielleicht auch noch nicht die finale Fassung, mal gucken, wie das sich weiterentwickelt. Die Steuerung von, also interaktive Widgets sozusagen, funktioniert über die App Intense, das heißt, da wird quasi nur so ein Fernbedienungskommando in die App reingegeben. Es bleibt dabei, dass die App selbst eigentlich mit dem Widget nichts zu tun hat. Das heißt, die App, die bereitet das Widget vor und gibt dem Widget vor, was die nächsten Zustände sein werden, in die es geraten kann. Und dann wird das vom Telefonsystem getriggert. Und was du halt jetzt zusätzlich hast, ist, dass du zum Beispiel für eine To-Do-Liste oder sowas kannst du jetzt halt die To-Dos reingeben und auch dem System sagen, was passieren soll, wenn der User auf ein To-Do klickt und es wegklickt. Dann passiert nämlich eine vorgegebene Animation, die kannst du mitgeben, wie jetzt das rausanimieren soll. Und da wird halt über quasi im Hintergrund eine URL in der App aufgerufen, wo dann drinsteht, diese To-Do ist jetzt abgeklickt und bitte aus der Datenbank rausschmeißen. Und genau dieses kleine Kommando kann jetzt eben auch vom Mac in das iPhone rüberwandern und dann kommt halt ein aktualisiertes Ding vielleicht vom iPhone zurück in den Mac. Und dann kann der Mac das anzeigen, ohne dass jemals irgendwas von der iPhone-App auf dem Mac tatsächlich läuft. Das ist wahrscheinlich schon nicht ganz blöd, aber es ermöglicht halt weiterhin nicht, dass jetzt eine App, die im Hintergrund läuft, automatisiert irgendwas dort aktualisiert. Also sprich zum Beispiel hier mein Home Assistant, der hat ja die ganzen Temperatursensoren in einem Widget drin. Das muss ich jetzt halt anklicken, dann geht's auf, dann geht's wieder zu, dann ist es refreshed. Aber er kann halt nicht im Hintergrund von alleine dort neue Temperaturen reinliefern. Ich habe so eine Übersicht über alle Temperatursensoren. Ich glaube, das müsste, also bist du auf der Beta? Nee, nee, ist noch altes System, aber ich glaube... Im alten System schwierig, aber aktualisieren geht schon. Das ist ja, also ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich immer ein Hickhack und die Intervalle und in welchen du halt die Daten aktualisieren kannst, die sind ja bei den Widgets so ein bisschen manchmal unter Umständen problematisch. Aber das hört sich eher so ein bisschen an, als würde da ein Element auf der App-Seite fehlen. Weil ich, also ich habe Widgets, die sich auch schon unter iOS 16 aktualisiert haben, auch mit irgendwie da, mit Daten oder Informationen, mit Werten. Wir meinen das Datenbank. Ich hake was auf der Watch ab und es wird im Widget auf dem iPhone auch als abgehakt. Auch ohne die App dann auf dem iPhone zu öffnen. Also das gibt es schon, aber die Intervalle, in denen sich das aktualisiert und je nachdem, wie die App natürlich auch funktioniert und ihre eigenen Daten erhebt und im Hintergrund halt überhaupt dann sich aufwachen kann, das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Also zum Beispiel Home Assistant ist im einfachen Fall ja, hier läuft lokal auf einem Raspberry. Also der hat keine Wolke, der hat keinen Push, diese App wird nie von alleine aufgeweckt. Deswegen ist es da wahrscheinlich problematischer, als wenn das jetzt ein Uber ist. Da kommt halt eine Push-Notification, die weckt die App auf, die kann das Widget aktualisieren. Aber das ist halt hier in dem Fall, glaube ich, nicht so. Und das kannst du dir wahrscheinlich auch, dass halt das System periodisch alle Apps aufweckt, die Widgets hat, könnte man machen, macht er aber nicht. Und ansonsten ist es halt jetzt bei den Apps so, dass die halt so eine Timeline vorgeben können, was halt wann passieren wird und dann wird das halt der Status aktualisiert und so, beziehungsweise die Ansicht neu gerendert. Ich verstehe schon, was sie da machen, ist aber ein bisschen mehr Freiheit wäre da auch okay, weil vielleicht möchte ich ja meinen Akku raushauen, um ständig aktuelle Temperaturen aus Home Assistant zu haben. Nee, Leute fragen, was sie wollen. Das ist, nee, aber was sie ein bisschen aufgebrochen haben, ist einfach diese Mini-Interaktion, sodass du jetzt diese Play-Pause-Geschichte hast, dass du in dem Kontaktwidget einfach auch Buttons unterbringen kannst, die direkt zum Anruf springen und solche Späße. Und das ist schon, das sind halt so einfache One-Tap-Interaktionen, aber sie sind sehr hilfreich, muss ich sagen, weil vorher gab es halt diesen Hack, den du machen konntest, dass du angeklickt hast, die App hat sich schnell geöffnet und wieder geschlossen von selbst und hat die Interaktion ausgeführt, was halt ein Hack war, dem sie nie wirklich, dem sind sie nie nachgegangen so. Also man hat keine Geschichten gehört, dass sie da Entwickler verfolgt hätten und gejagt hätten, aber jetzt haben sie es eingebaut und das ist halt sehr hilfreich, dass du diese One-Tap-Interaktion wirklich auslösen kannst vom Widget her. Aber das sind schon, das sind schon auch viele so Finally-Funktionen, so ah ja, okay, jetzt geht's halt wieder oder es sind halt Sachen, wo du echt zeigst oder vielleicht auch Android-Nutzer werden sich da vielleicht an den Kopf greifen, gerade was die Widgets angeht. Ja gut, klar. Pass auf, pass auf, greift sie schon sehr stark an den Kopf. Ich habe mir hier schon an den Kopf gegriffen, als sie endlich auf den Mac kamen und ich so ein Flashback zu Konfabulator 2005 hatte. Ja, ja, exakt, exakt. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt erfreulich, dass es da auch mit langen, sehr kleinen Schritten vorangeht. Manche kleine Schritte sind ja so mikroskopisch klein, aber es sind halt so zum Beispiel hier die Multiple Timer auf einmal, ja. Age of Wonders, sagt er. Er weiß ja selber auch, dass das totaler Quatsch ist, aber es hat halt einfach 17 Versionen gebraucht, bis wir mehrere Timer dort stellen konnten. Das hat echt lang gebraucht. Also ich meine, es war ja auch auf der Watch zum Beispiel, konntest du ja schon das einfach machen und es gab einfach überhaupt keinen Sinn, dass es auf dem iPhone nicht ging. Also, das war so albern. Ich hätte gerne den Code gesehen von dieser Funktionalität. Es gibt ja Leute, die das verteidigt haben, so wie niemand braucht, Alex hat sich auch gerade diese Woche sehr weit mit sowas aus dem Fenster gelehnt. Niemand braucht, niemand braucht, niemand braucht mehr als einen Timer. Ja, ja, ja. Also, in das Wespennest musste ich einmal reinstechen, bevor ich das nicht mehr die Chance habe, weil das ist so lustig, dass diese ganzen neuen Features kommen und Leute freuen sich ernsthaft über diese Timer. Ja, weil es ein Ärgernis seit Jahren ist. Ein Ärgernis. Oh, mein Leben ohne mehrere Timer ist nicht zu leben. Schauen Sie sich damit an. Schauen Sie E-Mails an Alex. Diese Lächerlichkeit. Du musst ja nur mal ein bisschen komplizierter kochen, wo du gleichzeitig zwei, drei verschiedene Sachen irgendwie timen musst. Alex, machst du es kochen. Ich habe sie alle gehört. Ich habe sie alle gehört. Die Vorwürfe, die Alex unterworfen würde, er würde lassen, seine Frau kochen. Und dieser braucht ja nicht mehr als einen Timer. Ich habe mit Freude in dieses Wespennest gestochen, ein letztes Mal. Eieieiei. Ja, mit Chefkochs kamen Sie gerade an und warst in Profiküchen alles und so. Ja, 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 komm. Du musst mal zwei Tees machen. Ja. Du musst ja nicht mal Chefkoch sein. Niemand macht zwei Tees. Meine Frau muss immer denselben Tee trinken, wie ich. Jetzt immer wieder im Patriarchat Olmer. Das ist doch wirklich ein Skandal. So endet es nämlich. Age of Wonders. Ja, Mann. Aber ey. Nein. Nein. Nein.